Es geht weiter mit der ewig wehrenden Reise, Martas Empyre auf die maximale Stufe zu bringen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es sich hier anhört, denn Martas Kräfte sammeln sich hier. Sie wird immer mächtiger und sie wird zu einem Biest, einem Monster, was niemand aufhalten kann. Deswegen wird unser Marta nun hier zur gefürchtetsten Tötungsmaschine aller Zeiten. Wir sind im Fake Grand Order und versuchen nun schon seit zwei, drei Parts, drei Parts, versuchen wir schon hier Martas Drinking Inquest hier zu schaffen. Erst haben wir hier ein nettes Upgrade beschafft, dann haben wir hier einen neuen Skill organisiert und nun wird Marta zum Marta der gefürchteten Zerstörerin. Ob das was werden kann? Ja, Freilich wird es was. Okay, und da hier wirklich nur Casters kommen, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wie sie hier ein gutes Caster sind, wird das natürlich easy, weil ihr wisst, aus hier und so. Der hat mich getreten, Alter, der hat mich schon wieder getreten. Man tritt keine Frauen. Was bist du mir denn für einer Sohn? Ah, hier noch die Damen, erst letztes machen, egal. So, Marta, das ist doch eine Aufgabe für dich. Und das sollte deinem MP auch ziemlich gut tun. MP-Level hier. Einmal schwarz. Einmal schwarz. Ich liebe auch hier sitzen. Die irgendwie an Attacken fühlen sich so richtig gewichtvoll. So der erste Schlag so ein bisschen zwiegerlich und dann wird es immer stärker und dann BAM. Das mache ich irgendwie an ihr. So, mehr denn du schaust schon wieder aus der Röhre. Weil, ich sage ja, ich weiß nicht, was ich mache, aber irgendwie zieht die ganze Zeit Ossi-Karten. Vielleicht ist Ossi einfach so wichtig, dass von den Karten, weil die tun sich ja immer alle drei Züge, also nach 15 Karten immer, tun sie sich ja dann immer hier neu sammeln. Und vielleicht sind da mehr Ossi-Karten als von allen anderen drin. Möglich. So, Merlin, du darfst auch mal nur wieder mal angreifen. Aber wir der Jakun am liebsten. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kommt es mal in Marta. Na, ist ja in der Karte. Ein Merlin. Komm, ich will gegen Merlin kämpfen. Sanzang! Sanzang! Das tut mir viel mehr weh als dir. Das muss ich mir echt glauben. Ich mag nicht gegen dich kämpfen. Es tut mir echtes leid. Was soll ich machen? Ich kann doch nicht mehr den Sanzang bekämpfen. Aber ich muss. Für das Schicksal der Welt. Weil, wie soll ich sonst die Welt retten, wenn ich hier diesen Kampf verliere? Deswegen bleibt mir keiner in der Wahl. Tut mir echt leid. Also, dann gehen wir los. So. So, schau mal. So, im P-Gin verschwinde ich natürlich jetzt schön, aber egal. Was geht der um Leben? Ach, hätte ich den Skile eingesetzt, hätte ich mir jetzt eigentlich gespannen können. Wurscht. Wurscht. Wurscht mit Käse. So. Und dann. Beginnen wir unser kleiner Zerstörungsfeldzug. Was ist eigentlich bei ihrem Oberschuss, dass es doch genau die Verteidigung wird. Okay, dann setzen wir als erstes. Zack. Ach, das können wir uns jetzt mal hier mit normalen Animationen. Weil das würde so ordentlich weh tun. Also, wenn wir uns jetzt mal hier mit einem neuen Zerstörungsfeld ausprobieren, dann können wir uns jetzt mal hier mit einem neuen Zerstörungsfeld ausprobieren. Das war's für heute. ich wollte es kurz und schmerzlos machen ich hoffe ich habe das halbwegs geschafft eine gespielt an der wege dann so ich habe mein bestes lieber in der seele tut es mir trotzdem sehr sehr leidsam ich bin gespannt auf mehr länder schafft jetzt dreimal hier verteidigungsminus nicht mehr das kill habe ich jetzt auch fast die unsterbliche oder wenn ich noch mal aus diesem t voll bekommen dann kann ich den blöden jakuza da mit einem hieb töten was er erfasst so jetzt sind alle meine skills weg aber das ist mir wurscht denn sie macht auch so gut schaden wie das mp voll aber das setzen wir nicht an so wir machen es jetzt schmerzlos hier weil ganz ernst auf gegen meine saunen zu kämpfen das tut mir schon bei der seele weh mein gegner sie zu kämpfen ich meine das natürlich mein könig und wenn er mir befiehlt die waffen hinzulegen dann muss ich das machen also ich habe meinen eigenen aussie auf der bank dann zählt sein wie viel wie erst der von dem ging es aber heute schon bisher weniger schaden was das gerade eben sehr viel weniger sogar wenn sie so es wird mich das jetzt stören weil ihr wisst was jetzt machen also beziehungs ich habe den schied immer drin nämlich meli dabei aber es lohnt sich wir tun es alles für unsere gute marter aber sie sagen weil das wie gesagt auch sie kann bekämpfen wo sie einfach böse ist also natürlich recht schaffen böse und er sein guter kerl weil er ist mein könig er hat er hat meinen hilferufe hört als ich als mich skadi hier so verachtet hat hat er meinen hilferuf gehört und jetzt habe ich mein skill verschwindet super deswegen respektiere ich ihn natürlich aber er ist böse aber egal und das war's liebe leute und war ein harter fall aber dank mir natürlich nicht so schlimm und jetzt bin ich gespannt wo in die monien herz habe ich das formate herausgerissen na ich denke ja von dem so sind wir mal gespannt was wir halten ich denke mal zwei quarts übrigens wenn ich beim elf millionen special ist wenn ich zehn ranken quest ab dann erhalte ich ja auch noch mal zehn quarts glaube ich also dann weiß was gibt es hier ok deal heavy damage to an enemy is a great du bist der fans effekt increase with overcharge und jetzt increase oh increase buster karts effekt ja geil und dazu wird der schaden höher das heißt also sie punkt ihren eigenen damage nach oben das ist ein sehr geiler skill das ist sehr geil martha es war mir eine ehre mit dir zu arbeiten und nun haben wir noch jemand anderen mit dem ist mir natürlich eine große ehre ist zu arbeiten und zwar niemand anderen dann will ich meine super party ist meine super party ich habe eine super party aufgelöst so und zwar niemanden anderen als enki bro der mit enki bro geht's mehr nehmen wir mit ja baddie mit einfach ich werde die mark so dann starten und zwar mit erstmal letzten rank up quest von enki du weil die anderen 20 kriege ich nicht aus max level dabei bei ihm ja bräuchte ich bei hassam würde ich so gerne machen und ich war aktuell natürlich ein viertel ap ist natürlich schon schlimm ist ja schlimm wenn man das verpasst weil ganz ernsthaft das kostet ja nicht nur 80 mp zur blöde quest und jetzt kann ich das einfach mal ganz entspannt nebenan machen so werde ich mal angreifen werden mit 11.600 12.900 solcher sieben an eng geht da jeweils auf dich ist verlassen aber mp ist so cool das von elschkirche finde ich gleich nicht nach springen kann aber irgendwann wird es mir schon an duden leisten ich sage immer wieder enki duden check das ist meine ultimative kombi gegen riders und auch gegen besonders gegen archers ich hoffe es kommen nur noch archers wenn nur noch archers kommen leute dann habe ich fake grand order einfach dann ist das spiel vorbei dann habe ich gewonnen sollte ich wirklich mal gegen richtigen gegen was kämpfen dann selbst kann ich den großen könig bekämpfen guck doch mal einfach wirklich wegen enki du und jack sehr gute kommen weil wie gesagt jack tut die kürze ausliefern enki du verbrauch sie funktioniert so gut und hier in der ersten quest die sind echt immer so saumäßig schwach muss der gar nicht anstrengen so enki du saugt doch schön alle meine kürzer auf genauso wie sich das gehört und kürtet einfach mal ohne ende das ist so nice man auch mit den beiden karten wo ich immer noch mal pro zug acht sterne halte und ihr seht jede runde kann ich hier die kürze das raushauen das ist so nett man schön dass wirklich zwei von meinen servis auch gut zusammen passen ist genauso wie blad und sagen dann hat kann die angriffe auf sich ziehen hat ein mp gehen was vlad unglaublich gut tut weil das ist vlads größte schwäche dass seine pise gehen gehen so unglaublich schlecht ist und ja das wird und aus sie der braucht keine der ist unsterblich wie gesagt also ich krieg jetzt noch einen partner für aus sie dann wäre ich natürlich wünscht es glücklich aber ich bin doch schon wünscht es glücklich man so zerstören wir die gegner aber hat schaust ich habe fast mit gleich mit euch guter witz ganz ernsthaft nach solchen nobel fänden kann es keine stehen und dann hast du irgendwie weil er ist mit ihrem kleinen scooter da einfach so ein paar regenbogen stelle aber so ist er irgendwie sei in welcher mit dem er in weltraum fliegt du wieder nach unten sie hat die kräfte der unterwelt kanalisiert und weil das ist einfach so sagen so ok wir machen heute einen kleinen ausflug und ich hätte übrigens jetzt gelagte müssen wir jetzt werde wahrscheinlich noch ach zum glück dachte schon wenn es jetzt ein skill nicht aktiviert hat dass er es nicht geschafft hat danke für deine ordnung das ist ein guter hoch entgegen kann ich dich virtuell über umarmen ich dich mein kleiner entgegen er wird erwachsen wird zu einem wachsenden lehm klumpen einem coolen lehm klumpen na der hat mehr herz und seele ist der größte von unseren servants hier kurzer abstecher hier mal aber hier geht es ja nicht gell doch bond level geht ist gut so damit habe ich jetzt hier drei serien sie ja schon mal auf meinem höchsten rang des stufe sieben caesar robenhut robenhut mordred habe ich natürlich dank dem letzten event habe ich den hier nach oben gut bei roman geht es natürlich schneller weil er nur ein drei ständes servant das habe ich jetzt schon fast sogar auf level 7 schon gebracht und mordet einfach nur weil ich sie in den letzten zwei events einfach konstant gebraucht habe deswegen ist hier stufe 6 und caesar ist natürlich ein alter alter hält schon martha ist natürlich auch schon leider aber erst am anfang von hier level 6 hans müsste schon ziemlich weit sein habe ich aber später hier begonnen jack die habe jetzt auch bald auf level 7 also schade ist und dann beginnt man hier schon mit level 5 leider erster lancelot bei die arzt der sich natürlich nach oben arbeitet david die ich oft benutze aber das spiel ist einfach easy geht zu den den haben wir ja nie benutzt aber immer nur der ersatzbank oder sie ist level 5 weil ich da auch weiß ich ja dabei war das geist ist budi kauf bockmarsch level 1 nix klebelt aber rang 5 einfach nur weil ich sie in dem einen event immer hingesetzt habe weil ich halt sie gebraucht habe damit ich mir boni bekommen sieg ist inzwischen level 5 den arbeite ich natürlich nach oben hat an schauen auch wegen im letzten event sparkosten zehn immer den habe ich so viel reingesteckt und leider nicht allzu viel rausbekommen und bei denen geht es jetzt auch immer nach oben mensch geht der stall mäßig nach oben aber nur ein kleiner abstecher freut mich sehr dass enki du auch stufe sieben erreicht hat und meine kleine jack ist natürlich nur noch eine frage der zeit so ich würde mal sagen das hat gerade so gut geklappt wieso eigentlich nicht noch mal so wieso oder warte mal joe machen wir mal alter pentagon kennen die minute schauen was die werte damals darauf hat aber er hat er nicht das gegen enki du das ist jetzt mit sympathisieren man ist eh unsterblich können sie mal aufhören mit diesen böse kann da stehen achas ich möchte achas bekämpfen am liebsten würde ich übrigens gegen was bekämpfen weil er diese schöne fähigkeit dass er die stand und es freut mich wenn wir gegen was haben können hahaha aber ich ärgere dann kommt er nie zu mir au gott wie getan wieso sagst du alle meine kritschers auf wie kann ich jack mehr kritschers bekommen als enki du hast falsch gemacht da wo sie ich das falsch gemacht haben 72 ok aber brauche nur level 100 liebe leute und ich brauche check wie kann sie ja jetzt mal ganz herz auf hauptzimmer über das playpark gesehen wie sie nicht benutzt aber es ist klar ich habe jack alt in einem großteil der story quest nicht benutzt weil weil das ja die lustigen kapitel war wo ich immer kars das waren gegen die mir sie sich allzu viel genutzt hat und deswegen ist sie natürlich jetzt hier noch nicht so weit wie manch andere aber trotzdem also ich weiß nicht ich glaube in ok an was war das da waren so wenig riders da hat sie sich leider nicht so rentiert aber mal so wenn man schauen was kommt es ist nur dafür ein sportanzug an net so was ist das lustig ist sie ist eine weibliche keine reine aber seine war eine dame ist sie und ihr wisst was mit damen passiert diese zieht ihr seid die nicht mehr weg schnappen frauen haben leider ganz schlechte karten bei meiner werten jacky ich würde ich sage mein lieblings gegen das spiel sind weibliche riders map das ist map könnte ich einen ganzen tag bekämpfen man die können von mir so millionen leben machen die würde ich also ist mal ganz ernsthaft die würde ich mit der millionen leben auch bezwingen bei der jack schreck ist man ich habe es jetzt nicht großartig gebucht gebufft was macht ihr schaden bursäcker und es waren 70 und jetzt hier noch dass das waren es mindestens 200.000 schaden und sie hat schon wieder 56 prozent hier sein dies können wir nicht wieder schnell machen zack und dann beenden wir es doch oder war die alte jetzt nicht allzu sehr im einsatz aber ist in ordnung enki du ist ja dafür da um die sache zu wenden wie ein kompletter zu stürmer die armen roboter von unserem guten freund in dem werden und wenn ich bitten darf ein schönes gilt ich bin sofort die skills anzuwenden fällt euch das eigentlich mal auf ich setze die ganze ende nein also außer 6 skill aber nötig sieben züge bist du in ordnung so 2,4 millionen war was ich habe jetzt immer geglaubt nicht immer eine million gebraucht das nächste level ab wird der weile dauern und dann sind wir schon am ende angekommen ich will doch ein gegen was hier doch nur einen gegen was dankeschön gegen was und kaster ja dann will ich mir nicht sagen was so wieder ist so wieder so typisch man das ist echt wieder so hart typisch man jetzt hast du hier die optimale chance dass du einen servent nehmen also dass sie hier die dass die das sind natürlich hier die quest mit enki du machen kannst das ging ja bis jetzt ganz gut und jetzt natürlich am letzten fall kann sich natürlich nicht mehr hernehmen machen ja komm niemals dieser und ich hoffe ein bürzer wird sie nicht gleich fertig machen sie sein weniger support sehr nett weil er ja auch stärke hier verbessern kann und das ist natürlich dann auch für sonstige es hätte so gut sein können es hätte so gut sein können weil ihr seht schon dass wenn er jetzt hier zu 1 selber kommt wird natürlich die finale feier der kasse sein er eine system sein und jetzt greift sie natürlich alle meine sonst an damit ich mit der sonst noch mal angreifen kann ja was habe ich gesagt was habe ich gesagt liebe leute das kackviecher da machen und zwar möglichst pronto bitte 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 tötet nur den komger was ja danke man ok jetzt ist er passt auch sagt du hast das überlebt dann soll ich schauen dass ich sie das ach es bringt sie nicht jetzt auch cool wenn wir sein mp voll bekommen hätten aber okay so dann lassen wir uns überraschen mit den server kleiner feldball jetzt bin ich gespannt und ex ok gut zu stürmer stimmen wir sowas von hier wie der skill stelle nicht weil ich ja menschen die buffy ab sagt es hat sich jetzt natürlich nicht gelohnt aber ich will ja auch nur zerstören man und dann bitte greift auf mich an und wenn wir nun glück haben war es dass ich schon mal gut Leute man waren schon mal 100.000 Schaden 160.000 für und Prozent auch wenn wir natürlich jetzt keinen Klassenvorteil haben es ist ja immer schlimmen Leute wenn auch den Klassenvorteil aber okay auch wenn man mit einer gesamten galaxie auf einen gegner angreift dann ich hoffe ich bin nicht auf Cäsar ich habe jemanden gehabt okay gut dann plan b die Wampel wurde geschlagen so das jetzt habe ich natürlich ein ganz kleines Problem ah danke endlich mal drei Karten so kürze ich das nämlich so weil ich würde ganz gerne einmal noch die MP raushauen war jetzt dumm dass sie ihren skill vor eingesetzt hat hätte ich nur runter gewartet hätte ich vielleicht auch so schaffen können und ich habe jetzt keine MPs Gainskill aber dafür hat das so ordentlich schaden gemacht und sie sind gerade gilgemasch gestunzt das macht man aber nett gilge so nett die feine hingeschaut so du wirst jetzt schon nicht meine sansan töten sie sagen sagen sie sind wie unsterblich ich behaupte jetzt einfach mal und selbst wenn ich du bist sicher nicht hatte gar nicht weh getan hat immer noch nicht weh getan also auch wenn der wert der Enki sich jetzt nur auf die Ersatzbank hier gelegt hat der braucht nämlich auch wieder eine Pause haben wir diesen Fight geschafft eine Belohnung wahrscheinlich ein goldenes Caster Ding oder Yo dachte mir 2.000 Kürze aber wir haben noch ein Upgrade für meinen Lieblings Lancer natürlich den Werten Enki du halten 2 Quads kriegen wir wahrscheinlich auch noch die ich natürlich sehr gut gebrauchen kann Boom und Skill Upgrade so Ah Presence Detection okay gut Decrease Critical Rate and remove evade for one enemy und nun wird es geil Decrease Critical Rate and remove evade for one enemy apply evade for yourself das heißt er hat noch ein Skill mit dem man noch mehr überliebt was natürlich verdammt cool ist und wenn wir schon mal hier mit Skills sind die 1 2 neuen Skills die wir haben müssen wir natürlich mal Upgraden ich habe so viel Lancer Ding aber ich habe noch nie ein Lancer Upgraded so das heißt wir können hier sein Skill ruhig mal zumindest auf Level 4 müsste es klappen Upgraden bis ich halt Octopullen Crystals brauche dann scheitert wahrscheinlich ja genau da dann scheitert wen haben wir denn noch hier abgegratet okay Marta könnten können wir hier ein Skill Upgraden weil der ist sehr gut für das ist diesmal wie sie das auf der Rest jetzt sieht voll nett aus so mach man natürlich auch noch mal da habe ich jetzt hier wenig Marken weil ich das natürlich alles für Aussie rausgehauen habe aber ein bisschen was kann ich nicht machen weil ich glaub das brauche ich für ein anderes geht aber okay wir haben zumindest ein bisschen Upgraden bei Cesar was waren da da haben wir auch doch ein Skill Upgraden oder was an den Pip wollte ich konnte man hat sie war nicht so wichtig denn bei Aros ist es das ist wichtiger aber kann ich warte mal keine machen weil ich muss davor erst das ist erst mal wichtiger okay zumindest einmal so weil seine MP Batterie die tut natürlich sehr gut beim Farmen und seine Skills kosten halt wirklich gar nichts man vielleicht müssen wir es doch in der Armee von Aros aufstellen und dann Stella 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 jo können wir machen nein das war dumm ah war nicht schlau egal nein dann ziehen wir es auch durch weil die goldenen Symbole brauche eigentlich für ihn ja und für Roman auch okay dann mach ich jetzt jetzt ah diese Hormonikulistinger die hätte ich eigentlich auch gebraucht unbedingt und jetzt ist damit das jetzt zu Ende aber okay damit soll seine MP so sehr sehr gut sein ach und wisst ihr was das ist mir doch jetzt scheißegal komm Leute man wir sind hier aufnahmen Party was ich danach dass ich mich danach wieder ärgere weil ich meine ganzen Skills rausgaben habe das da kann ich mich dann wieder drüber ärgern so bei Sansang hat sich ja nicht viel geändert dass sie MP stärker geworden was ist ich habe echt keine Ahnung was wird was da war ich habe es echt vergessen liebe Leute ich bin so schlecht eigentlich warte 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 man sieht es doch ich habe ich bin so gut keine sagen kann dass wir uns gewiss da für eine Summe so ganz schön auf Level 4 können wir das sicher machen auch wenn wir 666 lieber wäre 444 ist auch schon mal ganz in Ordnung und das war es auch im Entwicklungsraum Okay, dann haben wir hier doch einige ganz nette Quests gemacht. Ich habe jetzt Items rausgekommen und ich definitiv noch für Under-Savents gebraucht hatte. Aber war nett hier, wie gesagt, Strengthening-Quests zu machen. Schade, dass da endlich eine Geschichte ist. Wie über den Interludes gibt es noch einige Strengthening-Quests, die ich natürlich auch noch sehr gerne machen will. Da haben wir unter anderem hier Beide natürlich hier und nehmen unseren Lieblings-Zweit-Lieblings-Dichter. So, E-Mails-Trackening-Quests muss ich ganz unbedingt machen, aber da fehlt mir leider der Staub, damit ich das machen kann. Robins-Quests müssen wir unbedingt nochmal machen und natürlich auch den von unserem Hassan. Naja, Leute, aber zumindest das war jetzt erstmal ein kleiner Einblick in die Rank-Up-Quests und das war doch eigentlich ganz nett. Dann würde ich sagen, verabschiede mich, ich war es noch nicht im Zufx und bis zum nächsten Mal, wo wir dann wieder was anderes machen werden. Bis dann auf Wiedersehen, ciao.